Guten Tag liebe Freunde von Shona Auto Brokos in Fort Lauderdale, Florida. Hier ein ganz tolles Auto, muss ich sagen. Ich bin heller begeistert. Das ist ein 2024er, also die neue Generation, Ford Mustang GT Dark Horse. Ein Dark Horse ist die etwas höhere Variante vom GT Premium. Also es ist auch hier ein Dark Horse Premium mit dem 700A Paket. Im gesuchten und schwer zu findenden schwarz innen, schwarz außen mit dem äußerst seltenen Handling Paket. Kostet 5000 Dollar und ist extrem schwer zu finden. Gibt es in Europa gar nicht. Mit der Handschaltung, mit der Tremec-Handschaltung, die wirklich sehr gut ist und überarbeitet wurde. Und den Recaro Sport setzen. Das alles zusammen zu finden, bedeutete für mich vier Monate Arbeit. Aber wir haben es geschafft. Für einen unserer besten deutschen Händlerkunden haben wir dieses Fahrzeug auftreiben können. 507 PS, 5 Liter 8 Zylinder. Wurde natürlich vor dem Erwerb unabhängig überprüft. Und der Wagen hat, ich glaube, 87 Meilen Laufleistung. Also unerheblich hier. Vierfach auspuff. Schöner Heckspoiler. Fernbedienter. Fernbedienbarer Kofferraum. Kofferraum groß. Soundsystem. Ja, alles da, so wie es sein sollte. Hier nochmal ein kurzer Blick auf das Dark Horse. Bestandteil des Hending-Pakets sind auch diese Felgen in schwarz-matt und das sind Pirelli P Zero Profeo Reifen. Wirklich sehr gute Reifen, großspielig. 315er hinten. Ja, wenn man dann mal in das Auto steigt. Hier nochmal ein Blick auf die Recaros. Verpackt ist hier der Frontspoiler, auch Bestandteil des Hending-Pakets. Aus Transportgründen haben wir den nicht installiert, sondern wird erst installiert, wenn der Kunde sein Auto bekommt. Steigen wir mal ein. Hier ist also der neue Mustang. Zunächst mal die schon erwähnte Handschaltung, Tramec. Hier nochmal die Nummer. Und diese zwei Bildschirme. Die Rückfahrkamera gibt es auch. Mit vielen Anzeigen, wie gesagt, die Laufleistung 86,1 Meilen. Und hier der weitere Bildschirm. Unter anderem diverse Auspuffmodi, Track, Sport, Quiet gibt es aber auch. Also wenn man als Nachbar den Nachbarn nicht aufwecken will, dann fährt man ganz leise los. Ja, kabelloses Aufladen, Startknopf, alles da. Tolles Lenkrad, muss ich sagen. Sieht gut aus. Schauen wir mal uns das Herz des Ganzen nochmal an. Das ist der Motor, von dem wir schon gesprochen haben. 5,0 Liter V8. Und das ist ja auch kein Kompressor oder irgendwas, sondern naturally aspirated. Mit 507 PS. Und einen tollen Sound. Hier nochmal die Dark Horse Domstriebe. Ein wirklich tolles Fahrzeug. Wirklich stabil. Wuchtig. Laut. So wie es sein sollte, wenn man einen Mustang kauft. Dementsprechend wünschen wir, das Team von Schoner Autobokos, Ihnen lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2024er Ford Mustang Dark Horse Premium in schwarz-schwarz mit Handschaltung, Handlingpaket und Recaro sitzen. Und da wir uns hier schon bei unserem dänischen Speditionspartner befinden, bewegen das Fahrzeug nun vorsichtig zur Verladerampe und Dorf wieder dann professionell verpackt und geht auf seine Reise im Container nach Bremerhaven und dann in die Homologation und TÜV. Dementsprechend vielen Dank und auf Wiederhören.